Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es eine kleine kurze, aber wichtige Ankündigung. Es geht nämlich um meinen Discord-Server und den habe ich in, ja ich weiß gar nicht, er ist an sich immer in der Beschreibung verlinkt. Ich habe nicht großartig dafür geworben, ich habe jetzt auch nicht wirklich gesagt, yo kommt hier alle drauf, bester Server EU West. Denn ich habe mich so richtig, so wirklich nie richtig um den Server gekümmert, aber das ist jetzt hoffentlich vorbei. Ich saß heute ein bisschen am Server dran, habe ein bisschen was eingestellt. Natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt. Join gerne auf meinen Discord-Server. Und wenn ihr jetzt auf den Server joinen solltet, sollten euch auch erst verifizieren regeln und der Willkommen-do-Teddy-Kanal angezeigt werden. Dann müsst ihr einfach nur den Haken klicken und dann bekommt ihr auch die verifiziert Rolle und dann habt ihr auch hier alle sichtbaren Kanäle. Musik hören habe ich jetzt auch eingestellt, könnt ihr, da läuft jetzt 24-7 hoffentlich, so funktioniert das, denke ich, hoffe ich mal. Da gibt es dann ein Bot, der spielt 24 Stunden am Tag, mein Radiosender, also falls ihr Bock auf Mucke habt und nicht ins Internet extra geben wollt, einfach auf den DC in den Channel gehen und dann habt ihr es auch schon nebenbei Musik. Ich habe hier auch schon ein paar neue Rollen hinzugefügt, die Rollen-Textkanäle. Es werden auch in Zukunft noch weiter Sprachkanäle und Textkanäle kommen. Schreibt mir gerne Vorschläge dafür in die Kommentare. Es wird auch noch ein Ticket-Support geben, falls irgendwas sein sollte. Bis jetzt gibt es das noch nicht, da einfach mich anschreiben, falls da irgendwas nicht klappen sollte. Der Verifizierungs-Support sollte jetzt soweit funktionieren. Ich habe das getestet. Joint gerne auf dem Discord. Ab nächster Woche kommen auch wieder längere Videos, denn ich hatte jetzt meine Zwischenprüfe und jetzt habe ich von euch aus gesehen, letzte Woche noch die letzte Schulwoche. Jetzt bin ich aber erstmal komplett durch mit dem ganzen Zeug und habe erstmal wieder Zeit für YouTube und Livestreams. Da geht es auch wieder los auf twitch.tv slash der Teddybär mit einer Dreistatter.de auch unten verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute! Tschüss, 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 tschüss.